Hallöchen, ihr Baden, hausend da draußen und damit ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Infovideo zu der momentanen Situation. Und zwar bin ich letzter Zeit krank gewesen, also ich bin jetzt seit etwas über eine Woche ziemlich angeschlagen. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich mit Heiserkeit zu kämpfen, dass ich keine Stimme hatte oder die Stimme weg war und der Husten ist extrem, was das Aufnehmen schwierig gemacht hat. Deswegen werden einige Videos jetzt nicht kommen, weil ich nicht zum Aufnehmen kam oder besser gesagt, es nicht möglich war durch krank sein und so weiter. Deswegen wundert euch nicht, dass manche Videos nicht kommen, wie zum Beispiel heute kommt zum Beispiel Invasion schon nicht oder Resonant Rise kommt heute nicht. Weil, wie gesagt, ich konnte nicht aufnehmen, Krank, Gesundheit geht immer vor, das wisst ihr selber, das weiß ich von meinen Zuschauern auch. Das finde ich auch vollkommen super von euch, dass ihr da so einsichtig seid oder Verständnis für habt, ist ja klar. Es geht aber weiter, ich werde jetzt wieder nach und nach wieder Sachen alle aufnehmen und wieder streamen. Letztens kam ja erst wieder ein Stream mit Infinity, da war ich aber auch noch angeschlagen, das hat man auch gehört, glaube ich, in dem Stream. Aber es wird, ich bin auf dem Weg der Besserung und ich werde jetzt wieder nach und nach alles aufnehmen. Invasion und Resonant Rise und so weiter und so fort und Viking Stream wird wieder kommen und Tormund wird wieder kommen, der Stream und so weiter und so fort. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Verständnis. Ich mag euch, meine Zuschauer, ich finde das immer knorke, ich finde auch die Kommentare immer richtig gut. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bei euch allen bedanken und wir werden uns beim nächsten Mal sehen, beim nächsten Video oder Projekt. Bis dann, Tschüssingen! Bis dann, Tschüssingen!